Amerikaner Was man alles nicht für Geld macht, ja Wieso, was habt ihr alle mit Geld, 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 Alter? Sanki, Geld ist das Wichtigste im Leben Geld macht glückliches Geld macht glückliches Geld macht nicht glücklich Die Sachen, die du dir mit dem Geld kaufen kannst Wenn dann überhaupt Aber Geht, ujo, ujo, guck mal mal, ujin, baba Soll ich dir jetzt Daddy nennen? So verrückt Menschen, komm rein, schreiben, ujo Klar, hab über 1000 Euro Schulden Oder ohne Geld hättest du nicht mal Wimpern was Ich, ähm, zahl für meine Wimpern nichts Weißt du, was ich meine? Aber ja, ich verstehe, was du meinst Bin ich denn so, oder was? Menschen machen einen glücklich Ist so, voila Ich hoffe, alles Geld macht nicht glücklich Ich glaub mir, wenn ihr mal wirklich richtig viel Cash habt Und alleine seid, dann merkt ihr das Geld nicht glücklich macht Macht das nicht Nein, Geld macht nicht Nein, eben nicht Das sagen nur Menschen, die noch nie Geld gesehen haben Was, was ich mir sagen Von, lokala, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt Menschen, die noch nie so, Geld wirklich hatten Ich mein mit Geld wirklich Geld die sagen, Geld macht glücklich. Ja, und ähm, ich spreche echt aus Erfahrung, also ich hab echt, ja ne glaubt mir. Ich meine lieber im Lambo statt mit einem Fahrrad. Das sind alles so unnötige Kommentare und das gar nicht witzig. Hast du Snapchat? Ja, aber ich benutze Snapchat nicht. Erfahrung hat sie, natürlich hab ich Erfahrung. Salam, alaikum salam. Dankeschön für die Rose. Nein, wenn du das erste Mal hast, willst du dir Sachen holen, was du davor nicht holen könntest. Erstmal hast du immer so. Aber nach einer Zeit denkst du dir, was bringt das? Das erfüllt dich nicht. Du besitzt es zwar, ja, aber nach ein paar Monaten ist es nicht mehr relevant für dich. Willst du was anderes? Willst du was Neues? Willst du was Besseres? Das ist normal, das ist menschlich. Warum zappelst du so? Ich bin sehr aktiv, weil ich Red Bull getrunken habe. Energy und so in mir drin, weißt? Ich bin hellwach. Schau dir, like a melody in my head. Nanananana. Wie groß bist du? Ich bin nicht groß. Ich bin 1,66. Eine kleine Maus. Oder was anderes gezogen. Nein, ich ziehe nicht. Das ist Energie. Ja, normal. Schuhgröße. 38. Also 37,5. Aber ich hole Schuhe immer eine halbe Nummer größer. Heißt 38. Was geht, Schade? Nichts bei dir erfülle ich nicht. Wenn nicht ich mich will, wer dann? Wer bist du? 24. Oh je. Du bist aus Vorzeiten. Nein. Ich bin nicht aus Vorzeiten. Was für Ziele hast du in deinem Leben? Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das ist so interessant. Das ist so interessant. Ich frage mich auf Außenשatz ochdock kanal. Ich frage mich. Ja. Ich frage mich. Teła. Tu. Ja. Wie heißt das? Ich frage mich. das ist so krass Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin Polizei, Geheimdienst, Bundeswehr die decken einfach auf, die erzählen so das ist sehr sehr interessant aber ja, ich lese keine Bücher mehr ich höre nur noch Podcasts an so wenn ich aufräume, kurz vorm Schlafen aber so wirklich Bücher lese ich nicht mehr Wie geht's dir? Gut, danke, wie geht's dir? Nice to meet you I'm sorry 24 und 3 Uhr 30 Stück